Guten Abend und willkommen liebe Zuschauer bei MDR aktuell am heutigen heiligen Abend. Frieden im heiligen Land, auch in diesem Jahr klingt das wie ein former Wunsch. Die Realität sieht anders aus. Das Oberhaupt der Katholiken in der Region fand deutliche Worte. Wetterte gegen religiösen Fundamentalismus und politischen Starrsinn und meinte damit nicht nur Israeli und Palästinenser. Die erleben zu Weihnachten erneut blutige Gewaltakte. Und Bethlehem, der Geburtsort Jesu, fürchtet, die Stadt werde ihr christliches Gesicht verlieren. Ein Ende des Leidens, also Frieden, ist auch für Afghanistan nicht in Sicht. Ein zerrissenes Land sind doch die Taliban nach dem Ende des NATO-Kampfeinsatzes auf dem Vormarsch. Und so engagiert sich auch Deutschland wieder verstärkt am Hindukusch. Das Bundeswehrkontingent wurde aufgestockt. Trotz der angespannten Lage feiern auch die deutschen Soldaten Weihnachten. Sich besinnen, zur Ruhe kommen, die Nähe zu lieben Menschen suchen. Für viele ist das der Kern von Weihnachten, noch vor dem religiösen Aspekt. Für die Kirchen ist heute ein besonderer Abend. Trotz der rückläufigen Zahl der Kirchgänger im restlichen Jahr waren die mitteldeutschen Festbahn übervoll. Aber auch abseits der Gottesdienste rückten die Menschen heute näher zusammen. Kurz vor dem neuen Jahr fragen sich Millionen Autofahrer, wer künftig ihre PKW-Hauptuntersuchung macht, also die TÜV-Plakette vergibt. Weil sie technische Vorgaben nicht umgesetzt haben sollen, ist für Prüforganisationen die Zulassung ausgesetzt worden. Es gebe unter anderem Ungereimtheiten bei der Eichung der eingesetzten Messgeräte, hieß es. Die Prüfgesellschaften, darunter TÜV und DEKRA, weisen die Vorwürfe zurück. Straftaten von Flüchtlingen sollen ab Januar genau erfasst werden. Darauf haben sich die Innenminister von Bund und Ländern verständigt. Polizisten können dann bei Strafanzeigen das Merkmal Flüchtling ankreuzen. Bislang gibt es keine verlässlichen Informationen, welchen Anteil Flüchtlinge an der Kriminalität haben und welche Taten im Vordergrund stehen. Ein ganzer PKW bei einem Tornado in die Luft gewirbelt. Ein siebenjähriger Junge ist tot. Mehrere Bundesstaaten im Südosten der USA erlebten dramatische Stunden vor Weihnachten. Mindestens sieben Menschen starben. Das Wetter spielt dort verrückt. Subtropische Luft aus dem Golf von Mexiko sorgt an der Ostküste für Turbulenzen und Rekordtemperaturen. Die Hauptstadt Washington schwitzt am Heiligen Abend bei 23 Grad plus. Ein eher kleines Problem im Vergleich zur Lage in anderen Landesteilen. Und damit verabschiedet sich MDR aktuell für heute. Ob auch hier bei uns an den Weihnachtstagen wieder Rekordtemperaturen erreicht werden, das sagt Ihnen jetzt Thomas Globig. Danke für Ihr Interesse. Haben Sie noch einen schönen und besinnlichen Heiligen Abend. Tschüss und bis morgen.